Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute haben Kinder auf dem Corona-Server eine Bildergalerie gebaut und die zeige ich euch jetzt mal in kurzen Ausschnitten. Andrea sieht das schon gut aus. Oh ja, super, cool. Wow, das wird ja alles schön. Genau, der Fisch hat eine Bedeutung und zwar hat im frühen Christentum die ersten Christen sich damit verabredet, indem sie Fische gemalt haben. Ach ja, das haben wir im Religionsunterricht gelernt. Da haben die sich immer die Hände geschüttelt und mit dem Finger. Genau. Wow, A war cool. Nicht so leicht. Nee. Der Kopf wird vielleicht ein bisschen groß. Mhm. Ja, Karin hat dich auch gerade berühst im Chat. Ah, okay. Du kannst auch irgendwas bauen. Genau, guck mal. Ich hab so ein aus dem Pac-Man-Spiel die Figur gebaut, aber hat den Enderman gebaut. Karin baut so ein Fischbild mit Korallen und ein Fisch mit Luftblasen. Die Kinder haben danach noch weiter gebaut und ich zeige euch jetzt mal die Ergebnisse. Hier diese drei Figuren kennt ihr schon. Links der Fisch mit dem Korallenriff und rechts ist hinter dem Pac-Man der Enderman und neu dazu gekommen ist jetzt der rechte Pac-Man in grün und auch diese große Maus. Wenn man hier jetzt hinter die Figuren schaut, dann sieht man noch zwei weitere und die schauen sich beide an. Und von oben sieht das Ganze so aus. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Lust habt mal mitzubauen, dann kommt einfach auf unseren Mindtest-Server und auf unsere Discord-Gruppe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020